Am 24.9. ist Bundestagswahl. Bundestagswahl. Bundestagswahl! Viele von euch sind zum ersten Mal wahlberechtigt. Wahlberechtigt. Yeah! Vielleicht hast du keinen Bock oder was Besseres zu tun. Zum Beispiel Nicke machen. Oder denkst dir sogar, das ist sowieso nicht meine Heimat. Falsch! 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 Denn es gibt nichts Besseres und Wichtigeres, als kein Vollidiot zu sein und sein Land mitzugestalten. Denn wenn du nicht wählst, unterstützt du die rechten Parteien. Also, egal was deine Eltern sagen, deine Arbeitskollegen oder deine Klicker aus der du gerade nicht rauskommst oder deinen scheiß Ex-Freund. Wähle keine Partei, die damit wirbt, gegen Ausländer oder gegen süße Minderheiten oder andere Religionen zu sein. Mich könnt ihr leider nicht wählen. Setz ein Zeichen für Toleranz. Setz ein Zeichen für Freiheit. Setz ein Zeichen für Frieden. Setz ein Zeichen für Menschlichkeit. Setz ein Zeichen für ein buntes Deutschland, denn Ausländer sind die besten Freunde. Und mach am 24.9. dein Kreuz. Dein Kreuz. Dein Kreuz. Dein Kreuz. Dein Kreuz. Wähl nicht die AfD, sonst muss mein Bruder gehen. Dein Kreuz. Dein Kreuz. Dein Kreuz. Wale Moment. Bitte weiter, was etwa die Nähe Dellern weil sie mit Geister сделать da? Wer liebaut.